Hunde gelten als beste Freunde des Menschen, Begleiter durch dick und dünn, die uns mit ihrer bedingungslosen Liebe und Treue bereichern. Doch auch in dieser tiefen Freundschaft gibt es Grenzen. Es gibt Verhaltensweisen von uns Menschen, die unseren vierbeinigen Gefährten missfallen, selbst wenn diese aus Liebe oder Unwissenheit geschehen. Verstehen wir, was unser Verhalten bei Hunden auslöst, können wir eine harmonischere Beziehung fördern. Lass uns einige Dinge erkunden, die Hunde absolut nicht leiden können, wenn ihr Halter dies tut. Nummer 1. Anstarren. Für Hunde kann direktes, anhaltendes Anstarren als Drohgebärde wahrgenommen werden. Während Menschen Blickkontakt oft mit Aufmerksamkeit und Zuneigung assoziieren, kann er für Hunde eine Quelle von Stress und Unbehagen sein, besonders wenn sie die Person nicht gut kennen. Nummer 2. Starke Umarmungen. Obwohl viele Hunde Körperkontakt und Nähe genießen, können feste Umarmungen für sie bedrückend wirken. Im Hundeverständnis entspricht eine Umarmung eher einer Dominanzgeste oder kann als Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit interpretiert werden, was Unbehagen auslöst. Nummer 3. Inkonsistentes Verhalten. Hunde sind Gewohnheitstiere, die auf klare und konsistente Signale angewiesen sind. Inkonsistentes Verhalten oder widersprüchliche Kommandos können Verwirrung stiften und das Lernen erschweren. Dies kann zu Frustration auf beiden Seiten führen. Nummer 4. Zu wenig Beschäftigung. Unter Forderung und Langeweile sind Zustände, die Hunde schwer ertragen können. Sie benötigen geistige Anregung sowie regelmäßige körperliche Betätigung, um ausgeglichen und zufrieden zu sein. Vernachlässigung dieser Bedürfnisse kann zu Verhaltensproblemen führen. Nummer 5. Übermäßiges Schimpfen oder Bestrafung. Harte Bestrafung oder lautes Schimpfen können bei Hunden Angst und Misstrauen fördern. Positive Verstärkung und Geduld sind Schlüssel zu einer erfolgreichen Erziehung, die das Vertrauensverhältnis zwischen Hund und Halter stärkt. Nummer 6. Vernachlässigung ihrer sozialen Bedürfnisse. Hunde sind soziale Wesen, die Interaktion mit Artgenossen und Menschen benötigen. Das Fehlen von sozialem Austausch kann zu Depressionen und Verhaltensauffälligkeiten führen. Es ist wichtig, ihren Bedürfnissen nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit gerecht zu werden. Und Nummer 7. Störung ihres Schlafes. Ähnlich wie Menschen benötigen auch Hunde ungestörten Schlaf, um sich zu erholen. Ständige Unterbrechungen oder Lärm können ihren Schlafzyklus stören und zu Unruhe oder gesundheitlichen Problemen führen. Indem wir diese sensiblen Punkte im Umgang mit unseren Hunden beachten, können wir sicherstellen, dass unsere Beziehung auf Respekt, Verständnis und gegenseitigem Vertrauen basiert. Es ist die Feinabstimmung unserer eigenen Verhaltensweisen, die uns lehrt, nicht nur gute Halter zu sein, sondern auch treue Freunde unserer Hunde. Möchtest du jetzt noch wissen, warum dein Hund ständig bellt? Dann schau dir unbedingt das Video an, was ich dir an dieser Stelle verlinke. Klicke direkt drauf.